Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 61.000 US-Dollar, wenig Veränderungen gab es gestern. Ihr seht noch von unserem Video von vorgestern, dass sich kaum etwas am Markt geändert hat. Wir hatten unsere Erholung bis knapp 62.500 US-Dollar, 63.000 US-Dollar liegt das Key-Level, wo wir auf jeden Fall wieder drüber müssen. Danach sieht es momentan zumindest noch nicht aus, trotzdem könnte heute ein bisschen Bewegung reinkommen. Wir blicken natürlich auch auf Ethereum, Gold, Euro und die sonstigen Märkte. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, bevor wir hier doch starten. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Außerdem gilt auch wie diese Woche, gestern wurden die Gewinne ausgezahlt von letzter Woche. Schreibt einfach eure User-ID von BingX unten in die Kommentare rein, macht euch einen Account. Link dazu findet ihr alles auch in der Telegram-Gruppe bzw. auch in YouTube unten drin. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 60.900 US-Dollar. Wenig Veränderung. Wir haben heute Abend aber noch, oder eher heute Nacht dann eher, muss man so sagen, das TV-Duell Biden gegen Trump. Könnte ein bisschen Bewegung reinbringen, vor allem wenn es ein bisschen so um Finanzen etc. pp. geht. Da rechne ich aber dann erst abends mit entweder positiven oder negativen Signalen. Aber nachdem es Wahlkampf ist, rechne ich da eher mit positiven Signalen. Heißt, es könnte heute im Laufe des Tages doch nochmal ein bisschen runtergehen, dass wir sagen, okay, wir versuchen nochmal diesen Wig hier unten abzuholen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz hier weg. Dass wir nochmal Richtung 58.000 US-Dollar abverkauft werden, bevor wir dann möglicherweise nochmal eine Erholung nach oben hin starten könnten. Denn ansonsten sehr, sehr wenig und sehr, oder es ist generell sehr ruhig. Die Altcoins auch ein bisschen am Bluten momentan wieder, nachdem wir bei der Bitcoin-Dominance, das habe ich euch ja im letzten Video gezeigt, hier ein bisschen Support gefunden haben. Sehen wir jetzt auch, dass wir hier so eine leichte Art doppelten Boden gefunden haben. Spricht auch wieder eher dafür, dass Bitcoin in den nächsten Stunden beziehungsweise nächsten Tagen möglicherweise erstmal die Altcoins wieder ein bisschen outperformt, bevor wir dann den nächsten Move entweder nach oben oder nach unten dann sehen werden. Denn wir bekommen nämlich dann hier oben bei der 55,4%-Marke eine schöne Supply-Zone rein. Die könnten wir dann mal beobachten und da natürlich auch gleichzeitig den Kurs mit dazu. Übergeordnet hat sich natürlich gar nichts geändert. Also wir befinden uns weiterhin in dieser gigantischen Range mit eben diesen möglichen M-Pattern, was sich jetzt hier schon über Monate beziehungsweise seit März, also seit vier Monaten hier ausbügelt beziehungsweise bildet. Mit unserem technischen Preisziel weiterhin Richtung 52.000 bis 48.000 US-Dollar. Aller, aller schlimmster Worst Case wären dann hier unten diese 42.000 US-Dollar. Die sollten wir aber erst einmal noch nicht sehen, auch wenn das 0786 hier unten dann auch noch liegen würde. Also übergeordnet, keine Änderung, kleinere Timeframes gehen wir jetzt mal noch in den 1-Stunden-Timeframe. Auch hier würde eher dafür sprechen, dass wir hier nochmal ein tieferes Tief sehen, beziehungsweise diesen WIC hier unten bei 58.000 US-Dollar noch einmal testen sollten. Das heißt mit einem kleineren doppelten Boden hier unten reingehen, den Pivot auch nochmal testen und dann möglicherweise für den Juli wieder ein bisschen beziehungsweise deutlich bullischer dann werden. Vor allem mit dem Start jetzt in dieses TV-Duell beginnt dann auch so richtig der Wahlkampf auch in den USA, was dann auch wieder ein bisschen so hin und her Schlammschlachten führen könnte, was aber auch wiederum positiv für die Märkte sein könnte, wenn da dann wieder ein bisschen mehr Geld in die Märkte gepumpt wird. Ansonsten Funding Rates können wir uns mal ganz kurz angucken, die ich natürlich noch nicht aktualisiert habe, aber auch da lohnt sich vielleicht mal so ein kleiner Blick drauf. Aber diese sind weiterhin absolut neutral. Nachdem sie erst im Negativen waren, mit eben diesem WIC, den wir jetzt da vor ein, zwei Tagen hatten, mittlerweile wieder alles komplett normal. Also es würde ganz gut tun, nochmal hier runter zu gehen, diesen WIC zu füllen, weil wir auch hier sehen, einiges an Liquidität hier auf dem 1-Stunden-Timeframe, was sich hier befindet und von hier aus dann, sage ich mal, diese Erholung zu starten. Also das wäre dann auch jetzt mein nächster Longplan für die nächsten Tage. Bei Ethereum im Endeffekt gleiches Prozedere, ziemlich ähnlicher Chart. Auch hier haben wir noch diesen WIC bei unten, 3217 US-Dollar. Auch wenn ich hier immer noch eher davon überzeugt wäre, wenn wir nochmal Richtung 3170 gehen, würde mir persönlich besser gefallen. Hat einfach mit dem Sinn zu tun, dass wir hier noch einfach diese Ineffizienz haben. Der ganze Pump, den wir hier damals wegen diesem ETF hatten, wäre damit auch vom Tisch. Wir hätten damit wieder komplett neutrale Struktur im Chart ausgebildet, womit wir dann im Endeffekt wieder steigen könnten. Außerdem steht der ETF kurz vor der Tür, beziehungsweise sollte jetzt auch in den nächsten Tagen, ich bilde mir jetzt glaube ich einen in der Woche oder so, sollte dann auch mal so ein Termin sein, wo dieser dann möglicherweise dann auch genehmigt werden würde. Würde sehr, sehr gut dazu passen. Erst diese riesige, diese riesige False-Move nach oben mit eben, ja, Gerüchten etc. pp. Dann runter und dann sehen wir bei Bitcoin im Endeffekt auch diesen Aufstieg, was dann bei Ethereum hier wahrscheinlich auch zu 4100 US-Dollar führen würde. Wäre dann so ähnlich wie bei Bitcoin, dass wir hier Richtung 72k gehen und dann möglicherweise nochmal diesen großen oder größeren Crash dann möglicherweise sehen könnten über den restlichen Sommer. Also keine Änderung, was es hier momentan zu besprechen gilt. Gehen wir rüber zu Gold. Unsere Short Order, beziehungsweise unsere Verdopplung wurde leider nicht abgeholt. Also da hat sich wenig getan. Wir sind nicht hier hoch mehr in den Bereich von 2340 US-Dollar gekommen. Im Gegenteil, wir wurden weiter abverkauft. Das heißt, unser primäres oder unsere größere Erwartung ist weiterhin hier unten intakt, 2275. Eventuell werde ich aber schon überlegen, hier in den Markt rein zu jumpen bei 2286 US-Dollar. Das heißt, ein bisschen eher in die Position reinzugehen, ist es ja eh ein Hedge. Wir haben ja schon eine Short-Position offen. Deswegen müssen wir hier mal drüber nachdenken, ob wir dann vielleicht schon ein bisschen eher reingehen, bevor diese Position dann nicht abgeholt werden sollte. Aber der Plan bleibt der gleiche. Hier unten ist auf jeden Fall die grüne Box, ist unsere Long-Box. Mit dem Ziel dann auf jeden Fall wieder in Richtung 2370, wo dann im Endeffekt auch unsere Short-Position dann liegt, hier nach oben hin vorzufahren. Also auch hier wenig Veränderung. Der Markt ist relativ ruhig. Beim DAX hatte ich gestern so ein bisschen die Hoffnung, einerseits natürlich, dass wir hier nochmal hochkommen. Ist leider nicht passiert. Jetzt die nächste Hoffnung, dass wir eben jetzt hier unsere Long-Position auch endlich mal abholen. Ich weiß, es ist Donnerstag, das heißt, heute spätestens sollte diese Position abgeholt werden. Wenn wir Freitag erst in diesen Preisbereich reinkommen sollten, bin ich nicht mehr felsenfest davon überzeugt. Also dann würde ich eher wieder bis Montag warten, um hier eine Position aufzumachen. Momentan würde ich noch die Finger von lassen. Aber auch hier würde sich eben dieser doppelte Boden, der sich bei Ethereum, bei Bitcoin momentan anbart und natürlich auch bei Gold, würde hier sehr, sehr gut dazu passen derzeit. Ja, dann noch, last but not least, gehen wir noch rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Entschuldigung, ist es früher morgen. Gleiches Szenario hier. Wurde die Position noch nicht ganz abgeholt. Also was heißt nicht ganz? Sie wurde nicht abgeholt. Scheiße knapp, um das mal ehrlicherweise zu sagen. Ich warte hier noch auf diese Bullish-Divergenz, die wir eigentlich hier schon hatten. Die mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig war. Also auch hier doppelter Boden wäre heute im Laufe des Tages wirklich wünschenswert. Das heißt nochmal leichter abverkaufen im Laufe des Tages und dann versuchen hier eine Erholung zu starten. Gleichzeitig müssen wir uns hier doch nochmal noch ein DXY angucken. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, hier diese grüne Box, das ist unser Widerstandsbereich. Der wurde abgeholt. Hoffe ich, dass wir auch nochmal ein bisschen höher heute im Laufe des Tages gehen, damit wir eben unsere Euro-Position hier ab, beziehungsweise eingehen können. Und dann hätten wir nämlich hier beim DXY, also beim US-Dollar, auch ein schönes Doppeltop jetzt hier erstmal auf Daily sich gebildet, was uns dann hier natürlich dann auch bekräftigen könnte für unsere Long-Position beim Euro gegenüber dem US-Dollar. Ziel wäre dann hier unten ungefähr diese 104. Und da müssen wir sowieso weiter gucken. Aber auch hier müssen wir dazu sagen, wir haben eine Hedge-Position offen, das heißt die Short-Position läuft. Wir machen hier eine Hedge-Position, das heißt das Risiko ist nochmal deutlich geringer. Sollte der Markt sich dann doch umorientieren, würde ich dann mal behaupten, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Langfristig gehe ich aber davon aus, dass vor allem jetzt eben wegen Wahlkampf der Dollar auf jeden Fall nochmal steigen wird und dass wir hier auf jeden Fall nochmal in Richtung 109 bis 110 hier auf jeden Fall vorstoßen könnten. Also ich bin nicht bullisch, was den Euro gegenüber dem US-Dollar angeht. Kurzfristig ja, dass wir nochmal eine Erholung sehen. Mittel- bis langfristig, vor allem Wahlkampf und Trump an der Macht. Ihr wisst, Trump an der Macht klingt so heftig. Ihr wisst, America First und sowas, dass da der US-Dollar nochmal deutlich, deutlich profitieren könnte. Nur mal so am Rande, man sieht es auch hier, was da damals passiert ist. Also deutlicher Anstieg kann ich mir dann auch wieder sehr, sehr gut vorstellen. Euro fällt, Dollar steigt, ist vielleicht auch nicht verkehrt, das auch mal ein bisschen so zu nennen. Ansonsten war es das für das heutige Update-Video. Es gibt wenig zu besprechen, wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Denkt an das Bing-Ex-Gewinnspiel jede Woche, einfach User-ID, Telegram oder unter das Video schreiben. Und das Video wäre natürlich besser für den Algo. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen, erholsamen Tag. Lasst es euch gut gehen, wenn es irgendwelche News gibt, Telegram-Gruppe. Und ja, dann war es das von mir. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.